Hallo, wir testen Feuerlöscher und diese beiden Geräte haben wir in die engere Wahl gezogen. Wir werden sie sogleich unter Realbedingungen testen, denn hier in der Wohnung von Frau Surbier brennt die Gardine. Oh, Moment. Testen wir den ersten Löscher. Es ist ein Modell der Firma Brandex. Ein nicht ganz zufriedenstellendes Testergebnis. Hallo, Frau Surbier. Ah, was ist denn hier los? Meine Gardine brennt ja. Oh, oh. Testen wir nun den zweiten Löscher. Ein amerikanisches Produkt, das den Namen Flamekiller trägt. Auch ein nicht ganz zufriedenstellendes Testergebnis. Aber wir haben ja noch einen dritten Feuerlöscher. Ja, das überzeugt. Wenn Feuerlöscher, dann Frau Surbier. Applaus 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 Vielen Dank.